Die Internetseite, footyheadlines.com, hat offenbar das neue Trikot 2018-19 von Borussia Dortmund gelögt. Knapp zwei Wochen vor der geplanten Vorstellung des neuen Jerseys am 5. Punkt, 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 Punkt. Mai beim Heimspiel gegen Mainz machten frische Bilder die Runde. Punkt, 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 Punkt. Der Streifen am Ärmel beim neuen Pumat-Trikot von Borussia Dortmund fällt jeweils ein gelber Streifen an den Ärmeln auf, den es in dieser Form noch nicht gab. Punkt, 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 Punkt. Ansonsten sind die Schultern und die Ärmelunterseite schwarz. Punkt, 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 Punkt. Die Hose ist in klassischem Schwarz gehalten. Die gelben Stutzen haben zwei schwarze Doppelstreifen. Aber seht selbst, Video, epische Siege, bittere Pleiten, alle Duelle Bayern gegen Real. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt Vielen Dank.